Macht mit bei der Kinder Joy of Moving Purzelbaum Challenge und purzelt gemeinsam mit uns einmal um die Welt. Egal ob ein oder mehrere, vorwärts oder rückwärts, jeder Purzelbaum zählend. Filmt euch dabei, fotografiert, geht danach auf kinderjoyofmoving.de und tragt dort ein, wie viele Purzelbäume ihr geschafft habt. Anschließend postet ihr das Ganze auf Instagram unter dem Hashtag Purzelbaum Challenge. Taggt eure Freunde, animiert sie dazu mitzumachen. Ist auch rund, zählt aber nicht. Ist wunderschön rund, zählt aber leider auch nicht. Auf die Purzelbäume, fertig, los!